Maria hatte ein Baby. Sie nannte es Jesus. Sie wickelte es in Windeln, sie legte es in eine Krippe und die Engel wachten überall. Ich muss das verraten, liebes Buch. Ich habe vor einer Woche, zehn Tage, die Bibel gelesen, in der Offenbarung steht es, dass seine Name ist Amen, der Sohn Gottes. Seine Name ist Amen. Ich habe 25 Jahre, als er alte Schwede war, und habe es erst 25 Jahre später gelesen, hundertmal gelesen, und jetzt sind wir im Grunde genommen im Namen von unserem Retter Jesus Christus Jeschuh anmarschiert auf Gebäude. Amen. 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 Amen.